Einfach Jump, Alter! Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin richtig hyped, ich habe Spaß daran zu fahren. Heute ist Sonntag, wir haben gefühlt 30 Grad draußen. Es ist einfach schön zu fahren und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach ein schönes Video. Ich habe wieder gar keine Ahnung, wo ich bin. Ich würde sagen, oh scheiße, Alter, da darf ich nicht rein. Perfekt. Ah, der Wald tut gut. Wenn es überhaupt ein Wald ist, auf jeden Fall, der Schatten tut gut. Alter, man sieht gar nichts in den Kurven. Ungefährlich ist es auf jeden Fall nicht. Leute, nur damit es wieder klar ist, ich habe gar keine Ahnung, wo ich bin, Digga. Ich bin irgendwo auf irgendwelchen Feldwegen, wo keiner ist, außer ein paar Fahrradfahrer und so. Ach ja, Leute, die Sonne ist draußen, mir geht es gut. Es kann einem nicht besser gehen. Nein, Speed Bump Up! Noch mehr Speed Bump Up! Leute, der, der das Motorrad mir verkauft hat, hat gesagt, ich soll viele Gangwechsel machen, während ich die einen fahre. Reicht das? Ich glaube, ja. Ach, Leute, es macht einfach Spaß, Motorvlogs zu machen. Ich schwitze! Schwarzer Helm und Sonne, keine gute Kombi! Wie schnell darf man hier überhaupt fahren? Das ist eine gute Frage. Einfach dem Rollerfahrer hinterher, der weiß schon, wo es lang geht. Ui, Nes 3. Leute, wo bin ich überhaupt, frage ich mich gerade. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ja, ich glaube, hier müsste jetzt die Straße sein. Wenn ich jetzt hier rechts fahre, komme ich jetzt zum Rhein, glaube ich. Ich glaube es. Ich weiß es aber halt nicht. Ja. Mann! Du Ampel! Warum wärst du so rot, wenn ich komme? Leute, ganz ehrlich, es ist einfach schön, wenn man Motorrad fährt und man andere Motorradfahrer sieht, dass man grüßt. Ich finde, es ist einfach so cooler Motorradfahren. Du fühlst dich halt einfach, als wärst du in so einer Gemeinschaft. Wie, als wärst du alles einfach deine Gang. Ihr wisst, glaube ich, wie ich das meine, oder? Alter, was ist denn hier los? Fahr doch! Aber bitte nicht mich über den Haufen. Bro! Der macht Tokio Drift mit seinem Anhänger gleich, Alter. Ach ja, an einem Sonntag ist viel mehr los hier. Ich glaube, ich mache meine Videos ab sofort immer Sonntags. Alter, du hast so einen Vorteil mit dem Motorrad, weil du einfach an diesen Speedbumpern vorbeifahren kannst. Junge, alle werden so richtig langsam, dann komme ich. Einfach Geschwindigkeit halten. Hoffentlich haben wir heute keinen Suizidvogel. Das wär ganz schön. Alter! What the fuck? Ich kenn das gar nicht so voll hier. Leute, ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Lenker angenehm ist. Alter! Du sitzt da komplett breit. Ach, Digga, du scheiß Ampel, Mann! Okay, warum stehe ich eigentlich immer schief auf diesen Spuren? Ich glaube, ich kann einfach nicht stehen bleiben. Ampel wird grün! Ich hasse dich, Ampel. So, jetzt einfach an die Geschwindigkeit halten und dann sollte man eigentlich jede Ampel bei grün bekommen. Ob das wirklich so ist, wird sich zeigen. Einfach alle Ampeln bei grün bekommen. Einfach System gedribbelt. Boah, noch ein Oldtimer. Junge, was ist denn momentan mit den Oldtimern hier los? Alter! Ich hab noch nie in meinem Leben so viele Oldtimer gesehen, dass die einfach random rumfahren. Aber gut, Leute, ich würd sagen, das war's dann auch schon mit diesem wunderschönen Video. Schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.